Ja, ich wollte noch was sagen. Endlich seht ihr mal wieder eine Monster High Puffe. Ich wollte noch was ankommen gehen. Ich hatte mich jetzt in der von Monster High ab, aber es fällt nicht, dass ich aufhöre, es werden manchmal schon Monster High Videos kommen. Aber im Moment werden nur Rings Club Videos kommen, von meinen Filmchen oder Miraculous. Und ja, und ich wollte noch was sagen. Also, ich war vorhin ganz normal auf YouTube, wollte ein bisschen meine Videos sehen. Und dann auf einmal sehe ich unten bei meinen Abonnenten 100 Abonnenten. Leute, wir haben 100 Abonnenten geknappt, nach einem halben Jahr, glaube ich. Seit September sind es ein paar Monate. Aber Leute, 100 Abonnenten. Leute, ich liebe euch, ihr seid die Besten. Das soll jetzt nicht heißen, nur wegen 100 Abonnenten liebe ich euch jetzt. Nein, ich habe schon von Anfang an euch geliebt. Zuerst waren es 15, dann auf einmal 30, dann 60, dann 80 und jetzt haben wir 100 Abonnenten. Leute, ich bin so happy. Ihr seid die Besten. Wirklich die Besten. Und ihr dürft dann abstimmen, was ich für ein 100 Abonnenten Special machen soll. Ich bin mir gerade nur überlegen, was ihr vielleicht abstimmen könnt. Contest, MTM, GNTM, aber GNTM möchte ich wahrscheinlich nicht mitmachen. Eine Miraculous Study, die etwa 15 Minuten oder 15 Minuten geht. oder 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 what the fuck. Nein, what the freak. Was labere ich da? Ja, auf jeden Fall. Ich danke euch nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute will noch ein Video kommen zum Abstimmen, aber etwa in einer Stunde oder so oder gleich. Und ja, ich danke euch ganz, ganz und ich zeige euch jetzt mal das Bild und ja, wir sehen uns nach dem Bild nachher nicht. Und ja, hab es lieb. Bye. Und danke für 100 Abonnenten. Ciao.